Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge PlanetBase mit eurem Ertacus. Ja, wir spielen wieder PlanetBase. Hm, hm, hm. Ja, schuldigst du Wachen, rekordierend bewaffnen, weil du so angreifst. Okay. Ähm, weg damit. Wir haben... Also es gab's ein neues Update. Angeblich sollen jetzt diese Maschinen trotzdem noch Metalle kriegen, also die Ersatzteildinger. Obwohl irgendwas zum Bau aussteht. Aber wie sieht das denn aus? Wir haben Sauerstoff, wir brauchen Betten. Was ist das? Das ist eine Kantine. Die verbinden wir gleich mal. Da haben wir die Bar. Da wird unser verseuchtes Fleisch hergestellt. Da haben wir Betten. Kommen wir denn hier noch rum? Ja, hier kommen wir auch noch rum. Jetzt will ich mal gucken, was genau... Einfaches Feld, mit dem die Basis günstig getreiftet werden. Bauen wir aber den mal da hin. Gucken wir, was das bringt. So. Und dann geben wir mal hier wieder Vollgas. Energie haben wir genug. Wasser ist auch okay. Äh, gib mir hier. Und nicht? Da. Ähm, wir müssen Statistik gucken jetzt. Sauerstoff, 44, 90, 14, 90. Energie, ja, ist es okay. Gucken wir mal. Wie sieht es denn mit unseren Werkzeugen aus? Haben wir einen neuen. Essen haben wir. Wir brauchen mal wieder einen Händler. Ja. Wie sieht unser Lager aus? Uh, 81. Klar, Verbindung wurde gebaut. Ich will nämlich mal wissen, was das Ding bringt. Hm. Haben wir in die Roboterwerkstatt. Hier will ich eigentlich den Industrie bereichen lassen. Mega-Kollektor. Keine Ahnung. Gehen wir mal auf 15 runter. Da gehen wir auf... Ach, zu viel. Hm. 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 Wert 140, Wert 170. 35 Kommission, was kostet das Ding? 400. 80. Kann man nochmal... Haben wir denn was wertvolles? Bin ziemlich wertvoll. Sind wir da wieder drüber? Hm. Wenn es da noch ein von nehmen, dann weiß ich es nicht. 200. 220. Hier sind wir 201. Dann geben wir noch ein Geld dazu. Ja. Wir brauchen wieder Geld. Sollen wir mal hier in den Leerräumen. Irre Grabe geschickt. Boah. Holla, die. Das war aber knapp. Alter, war das knapp. Der braucht nur noch Metall. Was fehlt denn hier? Ingenieur. 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 Machen wir mal hier Kolonisten und holen uns jetzt mal ein paar Ingenieuren dazu. Ich glaube, jetzt kommt langsam die Zeit. So, Handler, es geht gut. Wir müssen mal überlegen, wo bauen wir die nächste Schlafdinge. So, da haben wir jetzt das fertig. Können wir jetzt hier das Schlafdinge ranbauen? Tja, um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, was das Ding bringt. Das ist blöd, wenn wir jetzt das nächste Schlafdinge bauen wollen. Das ist wie eine Sackgasse. Sackgasse ist erst da oben gut. Na ja, guck mal, wenn wir hier hinsetzen, können wir uns noch da noch erweitern. Da ist eh dicht. Das müssen Kolonieschiff sein. Zwei neue. Hauen wir uns jetzt noch ein paar Sannis. Paar Biologen. 30. Ja, machen wir das mal so. Sandsturm steht kurz bevor. Müssten wir da irgendwo umarbeiten, eine Schleuse, weil die sind ein bisschen weit weg. Gucken, ob wir hier einbebauen. Können wir uns hier noch erweitern. Weil die Wege, die sollen sie lieber drinnen laufen, statt hier draußen. Machen wir uns noch mal Transport-Bots. Oh, wegen Sandsturm. Können wir uns dann hier noch eine Ärztekammer irgendwann noch dazu bauen? Handelschiff. Das ist natürlich nur Geld. Das geht natürlich nicht. Das geht natürlich nicht. Das geht natürlich nicht. Oh, da fehlt uns jetzt noch zwei Metall. Drei, vier Metall. Ja, ich glaube, wenn der fertig ist, bauen wir uns noch ein paar Bau-Bots. Dann wird hier immer schön weitergearbeitet. Können die Arbeiter irgendwas anderes machen? Die Bau-Bots können dann da bohren. Warte mal, oder bauen wir uns eine zweite Mine und dann erweitern wir hier mal ein bisschen. Wie sieht das denn eigentlich mit Heilkräutern aus? Haben wir 14. Das kann man weiterverarbeiten. Da haben wir auch viel. So, dann können die hier auch wieder schneller und drinnen arbeiten. Handelsschiff, da fehlt noch ein Essen. Warte mal, sind wir hier noch ein Landhandelsding? Ja. So. Natürlich kommt da nur mehr. Ingenieure. Haben wir jetzt... Ey. Drei Ärzte. Gehen wir mal weiter auf Ärzte. So, da haben wir ein paar Biologen. Und da fehlt uns auch noch ein Stück. Oh, Lagerweil voll. Die sind unsere Bau. Die sind gut gesucht. Hier kommt ein Schlafssaal hin. Schön. Mh, Energie. Na, erstmal das Fertigbauen, was wir haben. Sanitäter haben wir jetzt. Dann holen wir uns noch mal ein paar Biologen. Aber wir brauchen noch einen Arzt. Einen größeren. Oder? Nö, die Post eigentlich. Mal hier. Können die schön was... Ja doch. Können wir uns noch mal so ein Ärzte-Ding bauen. Äh, das lager ist gleich voll. Passt, 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 passt. Das müssen wir dann auch noch größer machen. Ähm, ja. So, um ehrlich zu sein, ich habe gerade keinen Plan. Also wir haben wollen einen Landeplatz. Wir wollen hier einen Schlafssaal dazu bauen. Wir brauchen einen Arzt. Biologen. So. Jetzt können wir mal hier stoppen. Okay, jetzt haben wir zwei Landeplätze. Vielleicht kommen ja jetzt doppelt so viele. Ähm, Dabdamus ist auch gleich fertig gebaut. Dann wollen wir uns gleich mal... Warte mal, was haben wir denn für... Wir haben doch hier schon Technologie. Warten wir denn an Technologien. Technokratie. Technologien. Patent für Farmdom. Größeres... Das will ich mir mal kurz angucken. Ähm, Biodom. Das ist das? Ui, das ist groß. Werden wir auch noch brauchen. Haben. Dann brauchen wir ein Lager, ein neues. Setzen wir natürlich gleich wieder hier hin. Wie weiß. So. Hat natürlich nur Geld. Mal, wir müssen hier mal ein bisschen... Platz schaffen. 400... Oh, nee, wartet. So. 200 und 207. Da brauchen wir uns noch einen neuen Energiespeicher. Gucken wir mal, ob wir hier oben hinkriegen. Und dann brauchen wir, bauen wir uns noch eine neue Energiequelle. No. 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 Passt nicht. So. Und... Ähm... Nehmen wir. Warum? Wann haben wir denn? Wir haben ein, zwei, drei davon. Und dann brauchen wir uns ein Solarmodul. So. Fählen wir uns Metall. Brauchen wir uns mehr, hey, mehr Detail. Die ist noch nicht durchgehend in Bearbeitung. Na, hier ist alles voll. Ach ja, genau. Können wir hier gleich mal in Betten reinsetzen. Ja, schön dicht an dicht, dass jeder auch die Käsemauken vom anderen in der Fresse hat. Weil, es geht ja nicht so. Das ist ja hier, die atmen alles. Jemand lässt ein Faden. Das ist wie im Fahrstuhl. Das riecht man gleich überall. Ja. Toll, bringt das Metall da oben hin. Also da müssen die Entwickler noch irgendwas machen. Das ist man da vielleicht auch noch... Kann man das auch noch priorisieren? Ja. Priorisieren wir das. So. 120. Ich gebe doch nicht mehr aus, als ich mir geben wollte und geht. Komm, nehmen wir mal das. Dann schieben wir mal ein bisschen was davon. Gebt euch mal. Scheiße. Geht gar nicht. Warte, doch. Doch, das geht. So, wenn ich das dann mache. Ja, dann habe ich halt zwei, aber ist mir egal. Wie sieht es denn jetzt nochmal mit Werkzeugen aus? Haben wir noch fünf. So, dann wäre auch bald mal eine Sicherheitszentrale wichtig, damit wir uns auf Wachen holen. Dann können wir uns hier Touristen herholen. Dann brauchen wir Waffen. Wo stellen wir die denn her? Wo habe ich das doch schon gesehen? Da drinnen? Nee. Im Labor? Auch nicht. Was gibt es denn noch an Fertigungsanlagen? Da gibt es einen Waffenschrank. Roboter-Einrichtung haben wir. Labor haben wir. Dort haben wir. Dort haben wir. Haben wir. Haben wir. Fabrik haben wir. Auch bereit. Fabrik. Hier. Und dann brauchen wir die Waffen. Jo. Da fehlt uns noch einer. Haben wir wieder ein Lager, was groß genug ist. Und dann können wir auch bald noch eine Miene, weil wir brauchen unbedingt mehr Eisen. Ich dachte schon. Von dem müssen wir uns nicht mehr machen. Den Bau-Bot. Den Bau-Bot. Wo wird der jetzt hin? Ist der bescheuert? Der hat doch hier. Der läuft jetzt hier ganz rum. Wohl hier eine. Ach, der repariert da oben. Okay. Oh, die wollen mir nur Geld geben. Haben die nicht mal was Vernünftiges? 140, 140. Oh, das passt ja. So, das wird dann fertig gebaut. So lange. Der Energie-Collector muss fertig gebaut werden. Da brauchen wir. 6, 10, 11, 11. Ich glaube, ich werde noch eine zweite Miene einfach mal hier ansetzen. Und dann, die wird erstmal priorisiert, wenn wir hier noch eine Aufbereitungsanlage bauen. Gleich eine große. Und die kommt dann als nächste Priege. Wie sieht es mit Werkzeugen noch aus? Oh, wir haben keine Werkzeuge. Ja. Dann sagt das jetzt schon. Ah, was stellen Sie her. Sehr schön. Dann sollen Sie es mal das hier machen. So. Na? Wollt er jetzt hier irgendwann... Hm, hm, hm. Hm, hm. Was haben wir hier? Das wollen wir alles haben. Das wollen wir alles haben. Und wir gehen dir. 250, 200. 250, 200. Nee, komm mal da. Ein Fleisch weg. 190. 190. Hm, 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 hm. Nicht eine Waffe. 80. Äh. 303. 350. 240. So. Brauchen wir irgendwas mit einem Wert von 8. Das. Das ist toll. Das. Haben wir gut was, ne? Vielleicht können wir auch ein Fleisch. Nein, ein Fleisch reicht nicht. Essen auch nicht. Stärke auch nicht. Also brauchen wir das. Machen wir das. Ja. Machen wir wieder zwei Lager. Und da vorne holen wir uns auch die noch mal. So, gucken wir mal. Wie sieht das hier aus? 143. Exzellent. So, schon. Schöne, schön, schön, schön. Oh, oh, oh. Brauchen wir hier noch eine zweite Schleuse. Weil ihr seht, das wird im Bau. Boah, können wir hier noch irgendwo... So. Ah, unsere Aufbereitungsanlage. Jo, wir erweitern uns... Äh, nein, so, da. Wollen wir noch mal ein paar Arbeiter? Ach, 10. Ja, machen wir 100% Arbeiter. Jo. Jo. Ah, okay. Dann wollen wir uns jetzt mal um die Inivi-Kollektor. Also nochmal in die Inivi-Kollektor. Natürlich in die Inivi-Kollektor. Kusche. Jo, und... Aguilar-Kollektor. Auch im Groß. Können die hier schneller stampfen. Jo, wie sieht's denn mit Betten aus? Wir haben 54. 2, 4... Das waren... Äh, ne? Nein, Kolonie-Chef. Zwei Arbeiter, das ist gut. Ähm, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18, 20, 30. 37. 37. 37, 47, 55. Uff, wieder zu wenig Betten. Aber auch nur gerade mal so eins. Im Juckel. Ach, da haben wir auch gleich einen Händler. Folia-Turbine. 560. Kann man dir irgendwas tolles anbieten? Erstmal hauen wir mal da. Wir müssen ein bisschen... Na, warte mal. Davon nicht. Nehmen wir davon. Das nehmen wir auch gleich mal weg. So. 707. Da kriegen wir hin. 715. Ach so. So. Oh, jetzt haben wir schon vier Stamm für die Arbeiten. Arbeiten die auch schnell im Flur? Boah. Ja. Mischen weiter Drogen. Wie sieht's denn aus? Haben wir denn noch Blätter? Haben wir noch Essen? Wir haben Bier, wir haben Alkohol. Was ist das? Arbeiten. Wir arbeiten. Wir arbeiten. Holen wir uns nochmal bis 60 und dann gucken wir mal weiter. So. Wie sieht's denn hier aus? Ah. Aber das geht ja jetzt... Ja, das mit dem Metall läuft jetzt so langsam. Da haben wir zwei Stampfer. Müssten wir eigentlich noch eine Mine bauen. Wollen wir uns nochmal nach der Mine. Ähm. Hier kommen wir doch. Kommt der nächste Chef. Wieder zwei Arbeiter. Gut. Jetzt können wir erst mal wieder hier stoppen. Jetzt können wir erst mal wieder hier stoppen. Handelsschiff. Was haben wir denn hier? Ein Baubot? Ein Transkript. Oh Gott. Hast du noch irgendwas was ist? Und? Eingriff. Nein, nein, nein! Da fehlt zu viel. Nee. Tja, Palsi-Fleisch, bitte. Was brauchen wir da noch? Ein Metall. Zwei Metall. Zwei Metall brauchen wir noch. Wir sind soweit zufrieden. Wir brauchen mehr Transport-Bots. Tränker haben wir. Ja, wir brauchen mehr Transport-Bots. Dann lassen wir hier ein Transport-Bot bohren. Und wenn der dann gebaut ist... So, diese Energie haben wir auch wieder erweitert. Gucken wir mal, wie sieht es mit Wasser aus. 1421. Werkzeuge reparieren. Was macht der? Chips. Ja, dann lassen wir mal ein paar von den Bots bauen. Wir dürfen auch den nächsten Erfolg haben. Ja, das machen wir die Hunde nicht. Ärzte machen schön Drogen. Ihr macht schön BSI. Rinderwahnsinn. Die Vogelgrippe. Arbeite dann. Ah, die arbeiten überall. Das ist schön. Gut. Jo. Ja. Ich würde mal sagen, da die Folge jetzt schon wieder sehr lang wird, beenden wir hier. Und... Ja, das passt doch. Zum Start, zum Ende wird dann gleich mal die Mine zerschossen. Äh. Naja. Wir haben noch ein bisschen was geschafft. So langsam läuft, floriert das hier alles. Wir kommen den 100 mehr. Den Bots kommen wir näher. Und ich sage einfach mal, wenn es euch die Folge gefallen hat, Däumchen hoch. Wenn nicht, Däumchen runter. Dann schreibt auch bitte, was euch nicht gefallen hat, weil dann weiß ich, was scheiße war und nicht einfach nur, äh, äh, ne? Und sonst lasst ein Abo da. Es wird noch mehr Folgen geben. Bis denn. Tschüss.